Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein weiteres Let's Play steht an. Wir haben uns jetzt mal zu dritt in eine Cutlass gewagt. Und außerdem haben wir den Daggeran mit dabei als Fighter Escort. Ja, Dosa, du hast mal wieder Turmplatz genommen. Ja, natürlich. Wie fühlst du sonst? Ja, recht alt bekannt. Und man sieht halt relativ wenig und irgendwie hat man das Gefühl, wenn du halt ein zu wildes Flugmanöver wachst, dann bin ich direkt tot. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, was machen wir denn heute? Ja, was machen wir denn heute? Corinne ist übrigens noch mein Co-Pilot und wir heute werden zu dritt uns mal die Starfarer Wracks angucken. Beziehungsweise Daggeran wird von außen ein bisschen Schützenhilfe leisten, weil wir ja da drin nichts mitkriegen. Die sind nämlich bei Jela und ist auch relativ einfach zu finden. Und da werden wir mal gucken, ob wir der Sache etwas auf den Grund gehen können, um zu gucken, was denn da eigentlich passiert ist. Von daher würde ich jetzt schon mal Kurs setzen. Und zwar Aligned to Jela. Daggeran, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Aligned. Check, dann also Manöver-Alarm, komm, komm, wir springen nach Jela. Ja, das ist jetzt doch der richtige Moment, um anzusagen, dass mein Turm klingt. Oh. Ne, das ist super, also halt so Backwort zwischen quer, ab und frontal kann ich sichern. Ja, ich seh schon, ja. Ich steig einfach nochmal kurz ab und wieder auf, mal gucken, ob er sich da wieder fängt. Ah ja, er dreht sich, das ist ein gutes Zeichen. Ganz ein bisschen wie die 40 reinpacken. Ja, das, ja, hast du welches da? Ach nee, das ist wahrscheinlich einfach nur die Mechanik, die hier wieder gelockt hat. Ich probiere es mal mit Mobiglas, ja, der Trick funktioniert immer. Wenn ihr halt irgendwie so eine Bewegungsanimation oder so eingefroren seid, probiert mal das Mobiglas aus. Das schaltet meistens wieder alles frei. So sehr ich diesen neuen Use-Button auch hasse, zumindest sagt er mir jetzt, welcher Button jetzt für den Turm ist. Das ist schon mal eine Riesenverbesserung zuvor, ja. Und man setzt sich nicht immer aus Versehen hin. Also daneben auf diesem Passagiersitz und guckt dann halt ein bisschen doof aus der Fäsche. So, wir haben schon Kurs genommen. Die spawnen nämlich ziemlich direkt voraus, wenn man bei Jela ist, also so ein Strich Backbord. Und man kann sie auch auf dem Radar aufschalten, die beiden Starfarer, die da rumgeistern. Checkt, wir sind 4K entfernt, abnehmt, 3K abnehmt. Ja. Ich sehe jetzt keine anderen Schiffe. Dagan, wie sieht es bei dir aus? Alles besser. Ist doch schon mal gut. Ja, das sind die beiden Wracks, die wir schon aus der Gamescom-Demo von letztem Jahr kennen. Und wir werden uns jetzt mal da ein bisschen in die Gegend begeben und sie uns von innen anschauen. Ich mache mal einen kurzen Waffentest. Wunderbar, erfolgreich. Aber warum sind die so dicht beieinander verendet eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht können wir da gleich Aufschluss geben. So, ich habe jetzt Full Stop. Okay, du bist ab. Ja, und werde uns jetzt nochmal in die andere Richtung drehen. Ich habe mir sogar dafür extra heute eine Rüstung angezogen. Besser eine Rüstung als Tü-Tü, ne? Ja, das stimmt. Gut, dann werde ich jetzt auch aufstehen. Gehe ich auch. Ich meine, mit einer Rüstung ist es halt besser, wie wir hier reingehen, als mit so einem dünnen Stoffanzug, ne? Ja, zumindest hat man ein besseres Gefühl. Insbesondere mit Waffen, die aktuell alle gerade kein Visier haben und irgendwie... Ja, aber das geht schon. So, ich öffne mal die hintere Schleuse. Check. Schaust sicher aus. Ich sitze ab. Wow! Okay, ich komme nicht her. So, da sind wir jetzt. Ich lasse uns mal in die Rechte von beiden gehen hier als erstes. Eingang ist wahrscheinlich über den hinteren freigelegten Shot da oben, halt an der eigenen Antriebsgondel, oder? Ja, man kommt oben rein und man kommt unten durch den Hangar rein. Aber lasst uns ruhig als erstes oben mal reingehen. Ja, und Dagran, du hast die ehrenvolle Aufgabe, uns zu sagen, wenn da irgendjemand ankommt. Denn das kriegen wir da drinnen definitiv nicht mit. Ich schalte die Augen auf. Das ist gut. Volle Fahrt voraus! Wuhu! Super, jetzt bin ich tot. Echt jetzt? Ich bin gestorben. How did that happen? Das weiß ich nicht. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. Darf hauen des Todes. Eieiei, na, ich bin gleich wieder da. Okay, alles klar. Ich bin in die Säure. Super, wir gucken uns hier drinnen jetzt schon mal um. So, also... Wir haben... Das sind die Fluchtkapsel, ne? Also ich habe insgesamt festgestellt, dass es glaube ich, beim letzten Besuch habe ich gesehen, dass es insgesamt eine Fluchtkapsel, also die eine Rettungskapsel ist irgendwie weg. Alle anderen sind noch da. So, ich gehe mal hier in diesen kleinen Seitengang rein. Ich weiß nicht mehr... Es gibt hier halt in diesem Schiff so Datapads, die wir jetzt suchen, aber hier unten ist auf jeden Fall keins. Ich weiß, dass ich einmal insgesamt fünf gefunden habe mit beiden Schiffen, aber ich weiß nicht, ob das alle sind. Von daher gucken wir uns das mal an. Du hast erst mal voll gegen die Wand geklatscht und das war es jetzt nicht. Oh je, hoffentlich passiert ein bis später nicht. Das ist neu, ehrlich gesagt. Davon bin ich noch nie gestorben, also nirgendwo. Ich meine, ich weiß, dass wenn ich halt irgendwo zu schnell in Schwerefeld zu weit hochkomme, dass ich aufs Maul falle und mir eventuell was tue, aber... Draufgehen? In der Schwerelosigkeit? Hm. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier mal nach oben, ja, Corin? Okay. Über diesen Lift hier. Über den Lift-Access, ja. Ja, schön, in der Schwerelosigkeit brauchen die Leiter nicht. Das stimmt, ja. Weder Leiter noch Lift. So. Irgendwann kommt jeder. Das ist jetzt hier, wo die Kantine ist? Genau, das ist die Messe, ja. Richtig. Ja. Hier haben wir die Messe. Die Quadriere? Ah, und hier ist ein Datapad. Ich habe eins gefunden. Ich gucke es mir mal an. Journal Entry Edit. Ich mache mal das Mobile Cloud-Wasser auf und gucke mal, was drin steht. So, das ist hier. Also, grundsätzlich kann man erzählen, was ich schon darüber weiß, ist, diese beiden Starfarers haben einer Familie gehört, die sie Freund heißt, tatsächlich das deutsche Wort Freund als Nachnamen. Und diese ganze Familie heißt Freund Fuel Corporation, glaube ich. Das ist so ein Familienunternehmen, was irgendwie Treibstoff transportiert hat. Und hier ist jetzt eine Mail an eine gewisse Christina Clark von Adina Freund. Das ist wohl die Tochter vom Chef hier. Der Vater ist irgendwie der Boss. Und die hat erzählt, schreibt in dieser Mail, dass sie Daten rausgefunden hat, beziehungsweise mitgekriegt hat, dass jemand die Route von diesen Starfarers an eine feindliche Corporation, nämlich Avivar, verkauft hat. Und sie weiß, dass das diese Christina gewesen ist und sie droht ihr hier drin, wenn wir uns je wiedersehen, dann gibt es richtig Ärger. Also, das ist sozusagen unser erster Hinweis, dass wir jetzt wissen, dass diese Adina, die zu dieser Familie gehört, anscheinend jemanden, der auf dem Schiff war oder Crewmitglied war, beschuldigt, dass sie irgendwelche Daten verkauft hätte an eine andere Corporation. So, das war jetzt also das erste Datapad in der Messe. Ich war im Captain's Quarter, da ist es sauber, da ist nichts. Da ist sauber, nichts, da ist nichts. Alles klar, gut, dann gehen wir mal zurück. Sind wir über die Backbord oder über die Steuerbordseite gekommen, hochreikommen? Backbord. Backbord, ja. Okay, dann gehen wir jetzt Steuerbord runter. So, ich bin wieder hier und habe eingeparkt. Das ist super. Dann darf ich jetzt nur gleich keinen Herzinfarkt kriegen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Nur vor Freude. Nur vor Freude, genau. Ich habe auch durchgeladen. So, hier, wenn ich mich jetzt recht entsinne, diese Tür geht, glaube ich, nicht auf, sondern wir müssen, glaube ich, über diesen kleinen Weg dann da dran vorbei. Wir haben ja hier seitlich so einen Kriechgang, ne? Genau, genau. Da kannst du ja schon mal durch. Lustig, weil man in IWA ja nicht kriechen kann. Ja. Aber tatsächlich zieht er, zieht er die Beine an bei dir, ja? Also, das funktioniert. Ja, man kann so ein bisschen durchschweben, das geht, ja. Oh, jetzt rückt ich meine Taschenlampe auch. Hier ist nichts weiter, ich sehe jetzt hier gerade nichts. Hier ist Pitch Black. Oh, okay. Das war ein Film mit Vin Diesel. Ja. Ich habe ein bisschen Licht hier bei mir. Ja. Ich sehe deine Dampfe, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal was. Ja, Pitch Black, der erste Teil der Riddick-Reihe. Oh, jetzt geht's bei mir auch. Und damit auch der beste. Ja, das stimmt. Wo es nämlich nicht nur um Riddick ging. Ja. Hier ist der Escape-Pod, der weg ist, auf jeden Fall. Der eine. Ja. So, hier ist Steuerbord. Welches Level? Ähm, mittleres Level. Aber lass uns das einfach machen, bevor du uns jetzt hier suchst, in diesem Labyrinth. Lass uns im Frachtraum treffen. Findest du da hin? Ich denke schon, ja. Gut, dann lass uns im Frachtraum treffen. Wir sind jetzt hier beim Gravitationsgenerator und Corin war, glaube ich, gerade beim Powerplant. Ja. Ich hatte lustigerweise gerade einen blutverschmierten Helm. Also irgendwie... Ach, echt? Du, hat mich da was getrunken. Ja, ja. Bist du verletzt? Nee. Also meine Anzeige ist komplett grün, aber der Helm war halt blutverschmiert. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ich würde mal sagen, wir bewegen uns jetzt mal hier in Richtung Frachtraum. Wir versuchen uns da mit Dozer zu treffen. Da ist Dozer. Ich hab euch doch gefunden. Hallo. Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Hallo. Ich kann leider nicht winken gerade. Schon okay. So, ich glaube, hier ist nichts weiter. Ich glaube, hier ist auch Dead End überall. Ja. Ja. Gut, dann bewegen wir uns jetzt nach unten. Okay. Das ist schon ganz geil hier drin, finde ich. Ja, und cool ist nicht. Ich, ich sichere jetzt mal hier hinten raus zur Schleuse, auch wenn hier keine Sau ist. Ich meine, Dagar, du schreist, wenn du jemanden siehst, oder? Ja, klar. Hier ist alles ruhig. Das ist gut. Sehr gut. So. Wollte ja wohl keiner sich im EVA jetzt hier 20 Kilometer anschleichen. Will es nicht hoffen. So, warte mal. Wiesen erwähnte mal, dass er das EVA-Modell so toll findet. Das wurde ich total begeistert. Also, wenn das Rumgesuche hier noch lange dauert, dann gehe ich gleich zur Tür raus und fliege außenrum. Ja, es ist hier auch falsch, irgendwie. Okay, auslösen. Geht nicht weiter, ja. Geh weg! Bleib nicht vorbei! Ich muss hier durch! Ich muss hier durch! Mach auf! Geht nicht. Auch kaputt. Saftladen. Scheiße ist das doch! So viel Blech und nichts funktioniert. Da hinten ist ein Loch in der Wand. Das finde ich gut. Ah, hier geht's runter. Ich habe es gefunden. Hier geht's runter. Doser. Falsch einmal falsch. Ja, hier geht's auch runter. Wunderbar. Also, ich nehme jetzt hier den Gang nach unten. Deine Fahrtpläner-Skills. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Geil. Was gibt's denn da? Ist da Alkohol drin? Keine Ahnung. Ich gehe mal gucken. Ihr könnt ja mal bei euch gucken, wo es runter geht, ob es da was gibt. Bisher nur Treppe, leider. Nur Treppe. Denk mal, das führt in den Frachtraum, die Treppe. Ja, die Treppe, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich wusste nur nicht mehr an welcher Seite das runter geht. Aber hier ist es richtig. So. Jetzt habe ich hier auch schon irgendwie... Warte mal, stehen jetzt hier die Dragonflys drin? Äh, geil. Hier sind auf jeden Fall abgepackte Kisten überall. Ja, ist richtig. Hör mal, wo war denn das jetzt hier? Und ich glaube, du findest... Ähm, siehst du diesen Fuel-Container da auf der Steuerbordseite? Rechts von dir oder hinter dir jetzt vielmehr. Da ist noch ein Datapad. Siehst du das blinken? Ja. Hä? Schau ich mir mal an. Oh, sorry. Oh, das ging... Das war knapp. Egal. Also, hier ist noch ein Datapad. Ich glaube, das war eins der komplett Unsinnigen. Oder zumindest eins, was einem nichts sagt. Ihr könnt euch das gerne selber nehmen. Ich trage es dann währenddessen mal vor. Mal. So, also, Journal Entry. Was haben wir jetzt hier? G. Walsh. Und zwar von Summer Davis, äh, an Summer Davis, von Galen Walsh. Keine Ahnung, wer das ist. Und da geht es um Third Draft Revisions. Irgendwie erzählt er, dass er, ähm, während der letzten paar Stunden die ganze Zeit auf der Brücke war und über irgendwas nachgedacht hat. Und dann hat er irgendwie eine Erkenntnis gehabt und ist, hat sich von der Brücke geschlichen und hat jetzt geschrieben, dass sie das Draft insofern, also den Entwurf, beenden sollen, dass am Ende der Partyszene irgendwie die, dass es ein Schmuggler-Compartment gibt, bla bla bla. Es geht hier um ein, eindeutig um ein Drehbuch, was die beiden geschrieben haben oder was die beiden gerade schreiben und er ihm jetzt sozusagen die neueste Idee dazu geschickt hat und der Kapitän dann inzwischen das aber bemerkt hat und schon ihn anbrüllt, deswegen, warum er nicht auf seinem Posten ist. Also, ich glaube jedenfalls nichts, was uns storytechnisch jetzt hier weiterhelfen würde. Du warst doch immer das Herzchen im deutschen Unterricht, ne? Beim Zusammenfassen hat der Lehrer dann immer hinterher gesagt, naja, wir waren alle drin, aber das nächste Mal machen wir vielleicht doch nochmal ein bisschen Sorgfältchen, ne? Ja, du kannst gerne den nächsten zusammenfassen, wenn du möchtest. Ne, ist schon okay, du machst es so gut, wie gesagt, du warst doch immer das Herzchen. Ja, ja, genau. So, jetzt bin ich hier im Bereich der vorderen EVA-Schleuse, die ist übrigens offen. Aber ich finde hier nichts weiter. Ja, das ist kein Grund, nach draußen zu gehen. Da war ich nämlich schon. Also, ich finde hier nichts weiter. Ja gut, dann haben wir ein zweiter Starfarer, oder? Oder sind wir jetzt schon komplett durch? Das ist doch so riesig. Brücke, oder? Brücke, Brücke. Brücke waren wir noch nicht. Brücke, Brücke. Schön ist, ich muss mir diese Treppen ja hier nicht irgendwie. Nö, du kannst einfach hochschweben. Ich gerade? Na, wenn die nicht zu wäre, müssen wir da über den Balkon. Ja, über den Balkon musst du. Übrigens, die Leitern kann man in EVA hier gerade nicht benutzen, also das funktioniert nicht. Ich bin da auch nicht durchgekommen, also. Ey, ein Glück haben die ganze Türen hier auf mir gelassen, ne? Ja, das stimmt. Ist schon lustig, dass direkt von der Brücke halt eine ganze Linie durchführt bis zum Offen-Frachtraum und dann zur Lucke raus. Ja. Ist da irgendwas, Doser? Hier nichts. Ne, ne? Kein, sauber. Okay, also hier ist glaube ich nichts. Ja, ist ja fast wie zu Hause. Ne, hier ist nichts. Aber mein Witz hier ist halt, wie viele Rettungskapseln fehlen eigentlich keine, oder? Eine habe ich gesehen, die fehlt. Wobei, die beiden hier, die fehlen glaube ich nicht. Ne, ne, die sind offen, aber da hat es keiner reingeschafft und die da sind noch geschlossen. Die sind auch noch da. Auch noch da, ja. Also ich habe glaube ich eine gesehen, die fehlt irgendwie. Ja. Haben sie wohl nicht genug geübt, wa? Für den Ernstfall. Auf der anderen Seite, wo sind die Leichen? Ja, gute Frage. Okay, Daggeran, wir kommen jetzt wieder raus. Also ich bin jetzt hinten durch die Hauptfrachtluke wieder raus. Hier draußen ist alles okay. Dankeschön. Und ich sehe hier jede Menge leuchtende grüne Container draußen. Die Steuerbord geradeaus ist leer, da war ich schon. Aber ich gehe mir mal die anderen angucken. Ja. Das ist nur Reflexion. Das ist Bogey. Bogus, 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 bogus. Alles bogus. Alles beschiss. Hier ist überhaupt keine Kisten. Da ist eine Kiste. Und alles andere, was leuchtet, sind Reflexion. Ne, ich habe eine Devastator Shotgun gefunden, hier wo ich gerade bin. Die nehme ich mir gleich mal. In so einem engen Bereich kann das durchaus sinnvoll sein. Die hat nämlich tatsächlich ein Visier. Die einzige Waffe, die kein Visier braucht. Ja. Super. Na ja, wie ist es die? Ja, das ist wie Ostern im Bundesjugendspiel. Ich bin zwar dabei, aber kriege nichts. Oh geil, ich habe Suft gefunden. Ich korrigiere mich. Stimmt. Ich sehe es. Na dann. Wohl bekomm es im EVA. Spitze Idee. Wir brauchen so Füllstutzen halt an den Anzügen. Das könnte mir so passen. Damit man jederzeit in jede Richtung in den Vollrausch aufbrechen kann. Kann ich nicht irgendeine Kiste von der Visiere rumfliegen? Das wäre gut. Das würde ich sofort nehmen. Okay, gut. Dann werde ich mich jetzt mal hier dieser anderen... Aha, ich habe auch eine Shotgun. Ah, gut. Nein, ich habe ein Energiegewehr gefunden. Geil. Das ist doch nicht das Problem mit den Visieren. Die Visieren werden getrennt. Und mein Energiegewehr hat jetzt auch ein Visier. Geil, ich habe ein Rundpunktvisier. Haha. Oh, cool. Füllstuhl durch Technik. So. So, ich gehe jetzt hier durch den Hangar rein unten. Ich denke, das wird eine der ersten Missionen in Patch 3.0 sein. Dass man irgendwo hinfliegen muss und eine Kiste Visiere besorgen soll. Ja. Das wäre auf jeden Fall... Und die Freitkräfte sind hilflos ohne Visier. Das wäre auf jeden Fall sehr selbstironisch. Das würde mir gefallen. Ich gucke gerade mal, aber ich sehe hier gerade im Laderaum jetzt kein weiteres Datapad. Ich gehe mal vorne in die Luftschleuse. Guck mal, ob da irgendwas ist. Okay, ich check die Brücke. Ey, die Taschenlampe ist wirklich halt das verdammte Geld nicht wert, das sie nicht gekostet hat. Immerhin. Hier ist auch wieder alles offen. Und die Rettungskapseln sind genauso konfiguriert wie auf der anderen Seite. Hm, ein Schelm, wer böses dabei denkt. Oh, aber hier ist ein Datapad auf der Brücke. Na gut, dann darfst du jetzt mal zusammenfassen. Äh, super. So. Okay, das heißt aber, auf die Brücke brauchen wir die jetzt nicht. Nee, musst du nicht, aber ich muss jetzt hier mal an die Decke gucken, weil halt holographische Displays sind einfach die dümmste Erfindung seit, äh, dem dreieckigen Rad. Ja, weil irgendwie, die sind durchsichtig, man sieht immer den Hintergrund und nicht das, was man sehen will. Das ist völlig bekloppt. Also, das ist noch ein Kontranskript. Und zwar von Adena, Freund, an Christina Clark. Wieder am Damm. Seriously, screw you guys. Free runs, I've done free runs for you and still haven't gotten paid. You aren't the only ones with debts to pay, and that is okay, sie ist sauer, weil sie nicht bezahlt wurde. Mhm, okay. Maybe you guys actually make sure your clients paid on this time wouldn't happen, more once, since... Ja, das willst du jetzt halt fertig machen, oder was? Naja, also zumindest habe ich, äh, weiß man jetzt, dass die beiden einen Konflikt miteinander hatten, denn, dass die Christina sagt, sie ist nicht bezahlt worden für ihre Arbeit hier. Und die andere wirft ihr vor, dass sie irgendwelche Daten verkauft hat an irgendeine andere Corporation. Ja, aber sie wird halt offiziell Beschwerde einreichen. Das klingt jetzt halt irgendwie nicht, als ob sie, äh, wenn man mal mörderische Absichten hätte, oder zumindest genügend kriminelle Energie, um halt zwei Starfarer zu versenken, samt Crew. Das stimmt. Das scheint mir jetzt ein bisschen viel. Ich meine, ja, nicht bezahlt zu werden ist kacke, aber dann gehst du hin und erschießt den Käpt'n oder so, ja? Und nicht halt, äh, alle, die an Bord sind, die können ja nur ohne Stoff führen. Das ist wohl wahr, ja. Gut, also Dozer, wir warten außerhalb der Brücke. Corin dreht da gerade schon Pyraetten. So, und hier... Ich bin hier jetzt hinter Corin. Gut, dann, dann gehen wir hier mal nach oben und gucken mal, was hier so ist. Ihr seid beide tot. Oh, aber jetzt so ein, jetzt so ein ekliger, krabbelnder Xenomorph, der so durch den Schatten huscht, das wäre jetzt schon geil. Nö, Facehugger. Ist doch ein ekliger, krabbelnder Xenomorph. Nein, äh, Facehugger ist eigentlich noch kein Xenomorph, obwohl der Xenomorph einfach nur lateinisch glaube ich für fremdförmig oder fremdartig ist, ne? So, ich bin, ich bin nach links abgebogen, um nach oben zu kommen. Aha, ich biege nach rechts ab, um möglichst weit weg von dir wegzukommen. Business as usual. Ja, ich hab Schuhe. So, und hier ist das nächste Datapad. Oder? Ja, okay. Das ist ein Tablet. Falscher Alarm. Noch mehr... offene Escape Pots. Keiner davon benutzt. Okay, Messe. Ich bin in der Messe. Gucken, ob sich hier hinter dem Tresen irgendwas versteckt. Nö. Nix zu sehen. Gehen wir mal ins Captains Quarter. Okay, Maschinenraum. Ich hab im Captains Quarter ein weiteres gefunden. Na, Herzchen, dann fass mal zusammen, ne? Aha! Ich hab auch eins gefunden. Maschinenraum. Okay. Also, ich fang mal an. Oh, das ist, ähm, von... Erdina Freund an Jamies Freund. Ähm, ähm, äh, äh, und zwar... Ne, von, 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 an, 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 äh, Adina von, von Jamies. Und mit dem, mit dem betreff ich's tut mir leid. Ähm, ähm, äh, er, 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 er sagt, Adina, ich weiß, dass du gerade nicht mit mir redest. Ähm, oh, es tut mir leid, dass ich dir nicht von dem Meeting mit Erwie war, mit dieser anderen Corporation erzählt habe. Ähm, ähm, und zwar, ich weiß, dass du dagegen gewesen wärst, bla bla bla, ähm, und dass du, dass du dich nicht mehr beruhigen kannst, wenn du dich einmal richtig aufgeregt hast, ähm, erinnerst du dich noch an den Zwischenfall auf Moms Cutlass und so weiter und so fort. Ähm, und dann sagt er, äh, verdammt, es ist sehr schwer, das zuzugeben, aber Freund, Freund, Family Fuel, so heißt diese, ähm, Freund, Family Fuel, heißt diese Corporation hier, äh, äh, steckt tief in den roten Zahlen und ich sehe keinen Weg nach draußen. Ich habe sogar versucht, das Haus zu versetzen, es hat nichts gebracht und, äh, der, der Verkauf an Avivar ist die einzige Option, um, äh, weiter zu fliegen, auch wenn uns danach das Gerät, ähm, das Unternehmen nicht mehr gehört, sind wir trotzdem wenigstens noch unser eigener Herr. Ähm, ähm, und, äh, ja, ansonsten, als Dad damit angefangen hat mit dieser Arbeit hier, war das System noch etwas, noch eines anderes oder waren die Zeiten noch was anderes. Wir brauchten damals zum Beispiel keinen Full-Time-Turret-Gunner für Sicherheit. Ähm, und außerdem können wir die Preise nicht mehr. Okay, also, der James, James, oder wie der heißt, James, ähm, hat tatsächlich hinter der Hand und so wie sich das anhört, nicht, ist es nicht der Vater, ja, also es ist nicht der, der dem das alles gehört hier, sondern es ist anscheinend der Sohn. Und er spricht mit seiner Schwester und hat ihr gebeichtet, dass er dieses, dass er das Familienunternehmen verkauft hat. Hm, das ist ganz lustig, weil ich hab hier das, äh, Kommuniqué von einem gewissen Team Mojo gefunden, der offenbar beauftragt worden ist, äh, von James, oder James. Ja, ja. Zumindest meinte er halt so, dass der, äh, der, der Hauptreaktor Power Spikes, äh, produziert im normalen Betrieb und irgendwas ist mit dem Schild-Janny nicht in Ordnung. Außerdem hat er am oberen, äh, Turm rumgefuhrwerkt, weil halt, äh, der Junge sich halt permanent beschwert hat, dass das Ding irgendwie unresponsive wäre. Und sie sollten sich ja mal dringend treffen, mal drüber zu reden. Er weiß, dass er eigentlich nichts reparieren sollte, aber, äh, es ist halt irgendwie alles ein bisschen besorgniserregend. Und, ja, scheinbar waren die in großen Geldschwierigkeiten und haben die Dinger so lange geschliffen, bis halt irgendwas passiert ist. Und ich glaube, das sehen wir jetzt hier, das Ergebnis. Das ist wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Die Dinger sind einfach in die Luft geflogen. Oder ein und hat die andere mitgenommen. Aber warum fliegen die so dicht halt aufeinander? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich sag mal so, hier drin, wenn man das jetzt interpretieren möchte, sind keine Kampfspuren. Also es sieht nicht aus, als wäre hier... Oh, 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 oh. Okay, okay, in diesen Generatorraum sollte man wirklich nicht reingehen. Ich glaube, Corinne hatte da wirklich halt, äh, was gefunden mit diesem... Echt? Ja, 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 ja! Aber ich krieg da Schaden drin, krass. Oh, ich hab noch ein Datapad gefunden. Auf der Anzeige nicht, aber auf einmal ist ja kompletter Helm rot. Ich hab noch ein Datapad gefunden, ja, krass. Äh, ja... Das sind bestimmt die, die Powerspikes, die der erwähnt hat. Hm, aber auf beiden? Na ja. Die Dinger sind ja schon einen Schritt runter gewesen sein. Ich bin mal wieder außen alan. da unten ist nämlich noch eine kiste die gucke ich mir mal an also dieser brief hier auf jeden fall ist von dem jungen turret gunner und ich würde mal schätzen an seinen bruder denn die nachnamen sind gleich und jetzt versuchen wir gerade und ne der ist kein freund der heißt totland ben totland und der andere heißt simon totland und der betreff ist checking in also der sagt hallo sozusagen ich bin ja und erzählt dass seine erste tour jetzt nicht gerade sehr einfach gelaufen ist dass adina diese anscheinend ja die schwester in die ganze zeit angeschrien hätte weil er nicht schnell genug in den turm ist geschafft hätte weil er sich nämlich in dem schiff verlaufen hat ja kann ich mich verdenken das kann ich ja und ja dann erzählt er noch der dass er den captain und seine und seine schwester arti schwester okay gestern erwischt in flagranti nee die hat er irgendwie gehört wie sie sich streiten dass sie sich wahrscheinlich nicht bewusst waren wie laut sie waren aber er musste sogar genau er musste also gar das mobi glas hochdrehen im sound okay der hat zu seinem bruder geschrieben das war jetzt anscheinend der kleine turmschütze der hier neu war den sie jetzt neu bezahlen muss ist aber wirklich dunkel wie ein bär an arsch ja und die powerspikes sind tatsächlich real die sieht man jetzt sogar in dem in dem energy generator hier das hat ja auch noch ein brach von der gladius rumschwebt das ist meine der geht's wunderbar ja nicht ein kratzer wenn ich dran sehen sonst weiß ich dass du das warst was hast du gemacht du bist gerade so ich bin jetzt hier gerade noch mal im gravity generator aber ich glaube hier ist nichts mehr außer dass den hammer in der luft rumfliegt ich gucke mir die einfach mal von außen an vielleicht finde ich habe ich jetzt bin ich gestorben beim rausfliegen auch echt so jetzt steht die gleich noch eine gladius durch die gegend so also okay bei dem captain ist jetzt hier nichts weiter und warte mal ich habe ich das schon mal gesehen hier ist ein hier ist ein datapad oben beim bei seinem bett das habe ich auch noch nicht gelesen vielleicht aber vielleicht hattest du das inbauen 7k 6k 5k 4k 3k oder es geht schneller als gedacht bremse 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 oh überschossen okay also hier geht es tatsächlich an einen gewissen matthias diewey von einer patricia seraphion und die arbeitet für die avivar corporation und die haben und die hat jetzt hier geschrieben dass sie dass sie für viele gute nachrichten hat und noch ein paar kleinverträge abgeschlossen aber vor allem dass sie gute neuigkeiten hat denn sie haben einen ist geschafft instanten einen lokalen treibstoff konzern die freud family fuel zu einem treffen zu überreden und ihnen sozusagen freizustellen dass sie dass sie unter die flagge von avivar kommen und denn die haben einige sehr gute kontrakt also verträge und wenn man sich die den status ihrer schiffe ihres schiffs ihrer schiffe anguckt und die employee records also die angestellten akten dann wird es nicht schwer sein sie bei der erst möglichen bei der ersten möglichkeit loszuwerden denn es sind ja ihre verträge die wir haben wollen und nicht die ihre aging star star fairers oder die leute und sie sagte dann noch so ja ich weiß dass du erst kurzem hier bist aber ich sehe eine viel potenzial innen für avivar instanten und habe große pläne ja sagt mir bescheid wenn du im system angekommen bist okay also dass wir haben sie nach jeder geschickt ja die route damit sie überfallen und stücke geschossen werden können ja denn denn avivar scheint es komplett egal zu sein was mit diesen schiffen hier passiert denn die haben jetzt durch diesen deal haben die halt die verträge geschafft und der andere die verträge übernommen übergenommen ja genau und der andere hat ja gesagt dass er diesen deal schon abgeschlossen hat ja also das heißt dass im endeffekt könnte man sogar fast denken dass die dafür gesorgt haben dass sie diese dass sie diese schiffe loswerden ist natürlich auch spekulation aber es macht sinn ja ja schon wieder gestorben okay also ich komme jetzt hier raus also ich versuche zumindest irgendwie lebend hier rauszukommen und da treffen wir uns vielleicht einfach draußen ja genau meinst du vielleicht dass das ist die energy spikes gewesen sind ganz plain und simple ich denke schon weil er schrieb ja auch dass es halt eben aus dem schild generator hat ich vermute mal die haben den hat ein paar piraten auf den hals gehetzt weil sie hierher geschickt haben und die schlechte verfassung des schiffs hat das übrige getan der schiffe ich meine halt so eine starfarer halt so platt zu machen der theorie brauchst du dafür dann doch schon einiges gut in der realität im pu jetzt gerade nicht so richtig aber das liegt ja an anderen den und ich meine das hier ist natürlich keine kontakt zu 25 klicks weg ist nur 100 mother fucker aber das ist nicht einer von uns setzt diesmal ein ist pre star okay ich bin draußen okay zurück 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 die steht ja sogar still aber gut gemacht mit dem eva ja mal gucken ob ich jetzt wieder reinkommen oder ab ohne zu sterben das jetzt auch zur todesfalle wird das schiff und hinein und hinein yes es hat geklappt echt ich habe dich gar nicht gesehen ah ja stimmt doch ja gut so intercede nein intersend man was soll denn das jetzt okay also zusammengefasst leider wissen wir noch nicht was das wirkliche schicksal war wir können nur spekulieren ja leute das war es unser abenteuer hier jetzt auf der mit den beiden star fairer echt eine coole sache schaut euch das an wie gesagt seid sehr vorsichtig ihr seht mehrere von uns sind immer wieder gestorben bei irgendwelchen ins the death sachen da mit der starver also von daher seid vorsichtig und vielleicht findet ihr ja noch was raus ne vielleicht haben die ja die leute noch was also insofern ja schöne schöne aktion auch wenn das halt alles ein bisschen holprig war aber es hat sich ja wirklich dann doch schon wieder einiges getan im patch 2.6 wirklich sehr erfreulich und ja auch viele weitere würde ich sagen also so ist es in dem sinne ja und ich mache jetzt das was wir euch schon vorher gezeigt haben nämlich stonehenge dozer das gucken wir uns jetzt zusammen an und corin und dagran ihr seid herzlich eingeladen uns zu folgen alles klar okay in diesem sinne wir versuchen es zusammen jetzt mit einem 3 2 1 und see you on the flight deck sehr schön auf geht's zu benny hensch wie es so schön heißt